Die Europäische Union ist nicht einfach nur ein abstrakter politischer Raum, wo Bürokraten in Brüssel sitzen und über irgendwelche neuen Regularien nachdenken. Es ist letztlich der Ort, wo wir 500 Millionen Europäerinnen und Europäer Entscheidungen treffen können, die relevant genug sind, dass sie große Konzerne, aber auch große andere Staaten für wichtig halten. Wenn wir wollen, dass unsere Art zu leben, unsere Werte, aber auch unsere politischen Ziele in der Welt von morgen eine Rolle spielen, dann ist es wichtig, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten. Wer sich für Europapolitik engagiert, der engagiert sich dafür, dass das nicht nur abstrakt stattfindet, sondern dass jeder Mensch, der sich engagieren möchte, in der europäischen Politik auch einen Ort findet, wo seine Stimme auf Widerhall stößt. Die Europäische Union, der Schengen-Raum, ist ein Projekt, immer schon gewesen, für offene Grenzen. Innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, dass sie, wie alle anderen auch, verreisen können, aber auch ihr Glück, ihren Lebensort, ihren neuen Arbeitsplatz in der gesamten Europäischen Union suchen können. Ohne dass Staaten verhindern, dass sie ihr Glück dort suchen oder finden. Wir wollen, dass dieser Wert der Europäischen Union, dass jeder Bürger und jede Bürgerin der Europäischen Union im gesamten Raum der EU leben kann und ihr oder sein Glück finden kann, dass dieser Wert aufrechterhalten bleibt und auch wiedergewonnen wird. Der Klimawandel ist wahrscheinlich die größte Menschheitsherausforderung. Er stellt viele Millionen Menschen, die an den Küsten Europas leben, vor Existenzfragen in den nächsten zehn Jahrzehnten und Jahrhunderten. Nur gemeinsam werden wir weltweit dieses Phänomen so begrenzen können, dass das Überleben unserer nächsten Generation gesichert werden kann. Die Europäische Union muss hier Vorreiter sein, gemeinsam mit anderen Partnern in der Welt. Ansonsten wird die Menschheit vor dieser Aufgabe scheitern. Die Europawahl ist extrem wichtig. Das Europäische Parlament ist das wichtigste Parlament in der Europäischen Union. Es wird immer noch unterschätzt, aber jeder Abgeordnete im Europäischen Parlament kann einen Unterschied machen. Die IBD ist ein großer Verband, der aus unterschiedlichsten Komponenten zusammengesetzt ist, der dafür werben kann, Europa ernst zu nehmen, der aber auch eine Plattform sein kann, über die verschiedenen Konzepte zu streiten und sich zu informieren, wenn man Fragen hat und klüger werden will. Ich wünsche mir, dass eine starke, lebendige Debatte über die Ziele der verschiedenen Parteien für das nächste Europäische Parlament stattfindet und dass möglichst viele, möglichst alle Menschen zur Wahl gehen und ihre Stimme machen. Vielen Dank!